ich habe mir das nochmal angeguckt hier und da ist eigentlich alles richtig rum außer die Muschel das war richtig rum da muss ich das wieder richtig rumdrehen manchmal ist das so einfach das Buch muss ich wieder richtig rum ich dachte mir alles auf den Kopf entgegengesetztes so ja die Pfeile waren richtig rum jetzt das Dingsbums war richtig rum die Schlange wie war die Schlange ach die Schlange muss zur Seite so war richtig jetzt dann ja gut die Krone war dann die Muschel hier rum war die Muschel so nach unten und so ja richtig mach auf danke dankeschön hatte ich doch mal reich ich glaube wir sind im Geschäß ja Grabschändung ey Sully muss man nicht alles gleich kaputt machen was hältst du davon was hältst du davon ich weiß nicht vielleicht eine Sackgasse warte es sieht aus als könnte es hier weiter gehen oh 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 Mist was ist das denn Sully los raus da was das ist eine Falle scheiße scheiße alles okay gut gut nah dann geh besser in die Bibliothek wir müssen irgendwie anders hier rausfinden scheiße man Das Schatzlager, Kapitel 16 So Mal weiter, weiter, weiter Oh Find ich aber auch Da kann es nicht dran, gut Da kann es auch nicht dran Kann sie hier irgendwie dran, ne Ich muss mal sagen, dann gehen wir mal runter Warte mal Okay In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen Das muss etwas bedeuten Ja, und was? Hä? Ich bleib hier und halte Ausschau Und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen Ich weiß, wenn ich jetzt mal hier hochgehe Dann da hochgehe Und dann hier dran gehe Mal hier gucken Von oben Ach, hier ist ein Schatz Silberkelch mit Deckel, okay Hier ist das So, dann muss ich da wieder runter Hier gehe ich lieber nicht runter So Hier war also noch ein Schatz Gut Ach Neat Soll ich es dann nicht gleich abnippeln Okay Hier ist das Tor Gut Mann Ich hab mich total verirrt Ja Ist ja gut Lass mich doch erstmal hier rumgucken Verirrt würde ich nicht gerade sagen, aber Es geht immer mehr Oh Was war denn da? So Okay Die zeigen alle in eine andere Richtung Vielleicht geh ich mal hier hoch Ja Geh mal da hoch Okay So Geh mal da dran Hallo Kann sich doch wohl festhalten Wenn du ins Wasser fliegst Da kann eigentlich auch nichts passieren Was war das? Weiß ich doch nicht, was das war Vielleicht hast du dich selber noch mal ins Wasser platschen gehört Ach ey Du stellst Fragen Ja So Gehen wir mal da hoch Das muss für irgendwas gut sein Ja mach mal Mach mal für irgendwas gut Achso Gut So So Und nun Anscheinend Nate Nate was tu das Hier unten bewegt sich plötzlich etwas Gut Ach Ach da kann ich nicht weiter Gut Dann bin ich mal da rüber Helena Ich war das Ich hatte mal Bock drauf Aber wo war das denn jetzt nochmal Achso Hier an die Kette So Gut Achso Nee du alte Flasche Da solltest du doch gar nicht hinspringen Das wird jetzt mal wieder Achso Nee doch nicht Hä Achso So komm mal hoch Okay Kann man da jetzt drauf Aber ich glaube das bringt nix Gut Ich noch rechts und wieder durch Gut Ähm Gut Geh drauf Entweder haben Oh Hätt ich mal warten sollen Ach ey Nee Hättest du aber speichern können Spiel So Hoch Hoch Okay So Dann hier auf die Treppe Achso Aber wo geht's da weiter Mann Nee ey Du bist ja manchmal so was an Börf Ich brauch Ah ich brauch keinen Tipp Ich brauch keinen Tipp Spiel So blöd Will ich auch noch nicht Zieh ich das nicht raus Finde So Passiert da irgendwie was Wenn ich das abschieße Nee Achso Von da Könnte ich dann Da rüber Da ist ein Schatz Äh Ok Okay Hier komme ich nirgends Bin ich da hoch Ich muss aber nach da Und auch nicht Achso Ach was War Nate Wie hat er so lange gebraucht Oder wie Ach ey Boah Ich brauch keinen Tipp Wie oft noch Scheiß Feuerkasten Hat er extra gemacht Nein Ey das ist doch nicht wahr Ach ey So hoch 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 So Hoch Nee Ei Okay, Treppe hoch. So. Ich weiß, glaube ich, das ist, wenn ich mich hier unten dran hänge. Dann da dran springen. Nee. Geht nicht. Ach. Wenn ich nach da springe, da komme ich nicht dran. Das gibt es ja nicht. Ey. Ach, wisst ihr was? Wenn ich da weiter bin, sehen wir uns wieder. Also, bis bald. So. Da bin ich wieder jetzt. Ich habe es geschafft. Und jetzt stickt man die dumme Waffe weg. Hier hoch. Okay. Da runter. Gut. Eins, zwei, dann geht es da weiter. Nein. Ich bin jetzt nicht. Okay, hier bin ich. Nein. Bist du blöd? Du bist doch ehrlich blöd. Springe ich eben nicht mehr. So. Puh. Da. Gut. Gut. Achso. Hätte ich beide durchrennen müssen. Scheiße. Habe ich zu spät gesehen. So. Gut. Try again, bitte. So. Gut. Wo ging es denn da weiter? So. Müsst du noch. Oh. Okay. Gut. Hoffe ich für dich. Ähm. Dann geht es, glaube ich, da weiter. Immer, wo es am gefährlichsten wahrscheinlich ist. Äh. So. Oh. Ach, kann man inzwischen stoppen? Warte, ich muss mal gucken. Ja, kann man. Okay, kann man nicht. Okay, jetzt sterbe ich ja hier wie die Fliege. Oh. Ich darf nicht stehen bleiben. Gut. Okay, ich darf nicht stehen bleiben. Okay. Ey. Du warst doch Meter noch weg. Ey, ich glaube das ja nicht. Aber wo könnte es dann weitergehen? Ach, die Kette hoch. Okay, gut. Ja, gut. Wo noch? Jetzt die Kette hoch? Nee. Okay. Okay, hoch. Endlich. Gut. Rüber. Und dann jetzt. Äh. Okay. Geil, Mann. Gut. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hier mal gucken. Nee. Hier geht es nicht. Ach so, das ist Ende. Ja, klar. Öffne mal eben das Tor. Gut. Ich habe ja nichts besseres zu tun. Okay, war doch nicht so schwer. Was zum Teufel? Da habe ich aber auch was gesehen. Da ist was rumgesprungen. Oder wer? Ich glaube nicht, dass das Sully war. Ähm. Ja. Was zum? Okay. Das Tor ist dann offen. Ja. Okay. Bitte. Ich habe ja nichts besseres zu tun, als die ollen dummen Kuh zu helfen. Okay. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal hierher. Oh. Ach, da ist Navarro. Nee, doch nicht. Das ist der andere Typ. Wie hieß er denn nochmal? Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold. Du bist es nicht. Tötet beide. Es wird ja einfach immer besser. Schaut, Elena hilft er. Steht ja wie falsch, Geld rum. Heli! Tötet die Typen! Hätsel! Hätsel! Tötet die Typen! Macht kein nix! Unter! Ah! Verdammt nochmal! Okay. Okay. Da ist einer Hallo Komm her Ja komm Komm doch Guck nicht immer dazwischen her Du verarschst mich doch langsam Was macht ihr mit der Elena Ihr Kanaligen Komm her Ach da ist ein dicker Ganz dicker Tschüss Okay die geht vor Achso Da ist noch einer Lass ihn weg Ach da Du Heddy Tschüss Okay ich hab nicht mehr so viel Schuss Wo ist denn hier Ach da Arschloch Jetzt mal Nee der holen lassen Und dann Und tschüss Tschüss Ach Gut Ist da auch noch Muni Nee Anscheinend ist es noch nicht Ver Oh Ich glaube da oben ist so eine Art mechanische Leiter Glaubst du das Ja Gut dann heißt das wieder dass ich wieder vorlaufen darf Und du Guck ich mal hier erstmal rein So Hallo Spinnst ja wohl Tschüss Arschloch Er ist hier Wo ist er Hey Spinnst du Nein Nein das kann dir helfen So Jetzt komm Schieb die Achso Jetzt komm Elena Ich hab dir schon die Treppe runter gemacht Wie sie durch die Stangen da greift Geil Ähm Ja Dann gehen wir mal Wenn er mich da hoch lässt Gehen wir mal hier hoch wieder Gehen wir mal in Deckung Ja War richtig Wo kommt der Spinnst Gut Dann brauch ich mal lieber Tschüss Nervt mich nicht Ich bin gerade ein Schatz am suchen So Ich hoffe die wird irgendwo hin Das hoffst nicht nur du Ach Halt die Fresse Und wo kommt der denn noch Ich werde ich übersehen Ne Gehen wir mal weiter Ähm Nicht die AK Scheiß auf die AK Ach da Hallo Böschchen Ist jetzt gut Da kommen wir nicht durch Bin ich nicht da schon die Treppe hochgegangen Kann das sein Ja klar kann das sein Ja Dann nochmal die Achso ne Ach ne doch nicht Ist doch alles immer so gleich aus So Oh Oh Das ist ja in mir Hier ist nichts Okay Nein ey Scheiße So viel zu großem Sein Leben vertan Für gar nichts Nate Können wir weiter gehen? Ja Lebend gerne Okay Mist Hättest auch nicht gefunden Aber wir finden den Schatz auch erst im nächsten Part Also Haut rein und Ciao